Ja hallo Leute, wer es noch nicht glauben konnte, jetzt seht ihr es auf eurem Bildschirm. Es ist Herbst, kurz vor Wintereinbruch und wir starten in eine neue Folge. Beginnen möchte ich die Folge mit einer kleinen Danksagung und zwar natürlich an die Lechsonder-Supporter, die hier wirklich jeden Monat unterstützen und vielen Dank auch an den lieben Tim vom Detektoren-shop.de. Also wir starten heute zu zweit auf einen Acker, der Dominik und ich. Der Dominik ist übrigens auch ein Lechsonder-Supporter, den habe ich eingeladen zu mir auf den Acker. Wir gehen heute richtig tollen Punden nach. Die Folge ist wirklich vollgepackt mit Sachen, die in den letzten 2000 Jahren verloren wurden. Aber ich möchte gar nicht so viele Worte am Anfang machen. Wir starten direkt los mit dem ersten Signal. Los geht's. Heute gehen wir auf Zeitreise auf einem unscheinbaren Kartoffelacker, der mehr verbirgt, als man denkt. In unmittelbarer Nähe verläuft eine uralte, 700 Kilometer lange römische Handelsstraße. Römische Befestigungen und die Überreste einer längst vergessenen Burg zeugen von vergangenen Zeiten. Welche Schätze und Geheimnisse liegen hier noch verborgen? Bleibt dran und taucht mit uns in die Geschichte ein. 55 haben wir hier. Oh, hier ist sogar mal weicher Boden. Das ist schön. Also, wir haben es raus. Schauen wir mal, was wir hier so finden jetzt. So, was haben wir hier? Ach, geil. Das gleiche habe ich schon mal gefunden. Ah, wer hat denn das? Das könnte hier von so einem Buch, von so einer Buchschließe sein. Aber gut. Ich habe damals gesagt, Schatzkiste. So, Mitte 70 kommt es hier rein. Okay, jetzt hat es sich ein bisschen verschlechtert, aber das macht nichts. Wir werden es finden. Dann ist es vielleicht was Tolles. Es ist aber wieder nur ein Nagel. Nee, es ist kein Nagel. Moment, halt, stopp. Es ist was anderes. Ach, das ist sogar mal vergoldet gewesen. Schau mal hier. Aber was das ist, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Muss ich mal einblenden. Hat der Dominik gefunden mit seinem Quest-Fektor. Ja, guckst du? 81er von Dominik hat er mir gefunden. Darf ich graben? Jetzt haben wir es bewegt. Ich bin gespannt. Oh, es ist ganz klein und silber, glaube ich. Nee, Kupfer. Kleine Kupfermünze. Könnte vielleicht, habe ich hier schon gefunden, Ravensburger Heller, einseitig. Oder natürlich die üblichen... Oh, das ist, glaube ich, ein Ulmer. Das ist ein Ulmer. Aber der ist noch richtig schön. Der habe ich bis jetzt nur in hässlich. Was ist das? Das ist ein Ulmer, einseitiger Ulmer Pfennig. Oh, geil. Hier. Das hat den mit meinem Bezugter gefunden. Hier, guckst du? Guckst du? Ja, sowas habe ich noch nicht gefunden. Na dann. Leider habe nicht ich diese Münze gefunden, sondern der Dominik, weil die ist nämlich echt noch in richtig gutem Zustand. Ich habe so eine auch schon mal gefunden. Wir haben hier einen einseitigen Ulmer Pfennig. Diese Münze wurde überwiegend im Mittelalter als gängiges Zahlungsmittel verwendet. Ursprünglich war die Münze mal aus Silber, verlor jedoch im Laufe der Zeit eindeutig an Wert, da der Edelmetallwert, also Gehalt, kontinuierlich verringert wurde. Als kleinste Einheit des damaligen Geldsystems entsprach ein Heller etwa einem halben Pfennig. Okay, ist ein Heller. Und war somit von geringer Kaufkraft und ideal für den Kauf von Kleinigkeiten. Ja Leute, ich bin schon immer wieder beeindruckt, was die Detektoren hier für eine Leistung haben. Ihr habt es gesehen, die Münze ist echt richtig winzig. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Signal. Los geht's. 51 haben wir hier. Wir haben's. Raus haben wir's. Oh, das sehen meine entzündeten Augen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, das muss ich mal angucken zu Hause. Keine Ahnung. 82 von Dominik hat er mir geschenkt, das Signal sagt er. Wir gucken mit dem Pinbrüter, ob das was sein kann. Okay, da hab ich natürlich völlig falsch gegraben. Uh, ist tatsächlich eine Münze. Dominik hat's gesagt. Ne, ist ein Knopf. Aber ein guter, aber ein guter. Das ist vom Napoleon nämlich. 60. irgendwas. Divisionsbrigade. Keine Ahnung. Ja, cooler Knopf. Ja, wie ich schon auf dem Feld erkannt habe, handelt es sich bei diesem Fund um einen französischen Militärknopf. Und dieser Knopf stammt aus der Zeit von Napoleon und gehörte, wie man hier an dieser Zahl erkennen konnte, dem 60. Linieninfanterie-Regiment der Grande Armée. Die Zahl 60 auf dem Knopf verweist auf die Regimentsnummer, die während der Napoleonischen Kriege in Europa kämpfte. Sieht richtig schick aus, gefällt mir. Und man erkennt das auch immer ganz gut hier hinten an dieser gekreuzten Ölse. Auch ein ganz toller Fund, dieser Knopf. Und ja, mich würde interessieren, was einfach da passiert ist auf diesen Feldern. Geht euch das auch so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob bei solchen Funden oder Münzen, ob da bei euch auch immer gleich das Kopfkino angeht. Was ist denn da passiert in der Zeit? Warum liegt es da? Und, und, und. Also, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir machen weiter mit dem nächsten Signal. Nun, Anfang 60er hat Dominik mir hier vorbereitet. Komm schon. Na, wir gucken mal nach. Ach, schadet ja nix. Hm, das ist irgendwas Verziertes. Ne, da ist sogar noch... Ich weiß, was es ist. Ich hab's auch schon gefunden. Das ist ein Hacking-up. Und zwar, den hab ich sogar mal vom Religiösen-Medaillen hab ich den mal... Da ist sogar noch Gold dran. Ja. Und das ist irgendein Manschkall, glaub ich, was das ist. Ja, das ist, da steht der, da ist eine kleine Person, glaub ich. Genau, so muss ich sagen. Ja, irgendwie so. Eine kleine Person am Boden, die voll jemanden steht. Also, mir schaut das eher so aus, würde der stehen und irgendein Wasser ausschütten. Ja, genau. Aber gut, ich mach hier mal ein Foto und dann gucken wir mal, was das ist. Leute, bei diesem Teil wusste ich am Anfang gar nicht, was es sein sollte, aber der Dominik hat recherchiert und hat es mir dann geschickt und man kann immer noch so ein bisschen Gold dran erkennen. Also es war vielleicht sogar vergoldet, aber schauen wir es uns mal aus der Nähe an. Das hier war wohl mal ein Anhänger und dieser Anhänger zeigt den gegeißelten Heiland auf der Wies, so wurde es mir oder dem Dominik gesagt. Hier oben kann man noch die abgebrochene Öse erkennen. Das ist eine Darstellung des gepeinigten Christus, die eng mit der Wieskirche in Bayern verbunden ist und ab 1738 als Wallfahrtsort bekannt wurde. Also die Wieskirche wurde da bekannt. Die Figur des Heilands soll Tränen vergossen haben, was viele Gläubige zur Wallfahrt bewegte. Solche Anhänger wurden oft als Schutzsymbol und Andenken getragen und galten als Ausdruck des tiefen Glaubens. Dieser Anhänger stammt aus dem Rokoko und war wohl kunstvoll mit Silber oder Gold verziert. Ja, auch ein richtig cooler Fund und für alle, die so wissen, wo ich unterwegs bin, die wissen auch, dass ganz in der Nähe, wo ich immer sonde, auch ein riesengroßer Wallfahrtsort war, nämlich mal der zweitgrößte in Bayern. Und wir machen weiter mit dem nächsten Signal. Mal schauen, was es da toll ist. 85er Signal. 85, 86, um genau zu sein. Das ist ein bisschen höher gegangen. Ich sehe schon was, oder? Ein Heiligenanhänger. Oh, ein ganz schöner. Ein ganz schöner Heiligenanhänger. Ah ja, schaut mal hin, hier sieht man, hier ist die Originalöse abgebrochen und da hat jemand nochmal ein Loch durchgemacht, um es dann trotzdem noch weiterzutragen. Und dann hat er es trotzdem verloren. Jo, coole Sache, Heiligenanhänger. Richtig toll. 84, das klingt sogar gut. Mal gucken, was wir hier ausgraben. Oder ich besser gesagt. Raus mit dir. Haben wir es schon. Das ist ja gut. Attention, attention. Ja, man weiß es noch nicht. Es glänzt mich mal silbern an. Es ist aber eher Alu. Es ist ein Anhänger, glaube ich. Ja, es ist wieder ein Heiligenanhänger. Heute ist Tag der Heiligenanhänger. Coole Sache. Das ist ein... Ist das ein Christopher-Ross-Sägen? Ja. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, die sind... Nicht schlecht, die Teile. Upsi. So, 86 haben wir hier nochmal. Mal gucken, was wir hier haben. Ah. Schauen wir mal. Hier haben wir irgendwas. Da ist schon wieder was mit Silber dran. Gibt es doch gar nicht. Oh, das ist auf jeden Fall richtig schick. Das ist ein Pferdchen. Könnte auch älter sein. So von der Machart her hier hin. Von dem Verschluss. Richtig cool. Das gefällt mir. So, wir haben jetzt so ein... Bisschen ein Mischsignal. Wir graben es einfach mal. Man muss ja auch mal... ...noch mal was testen. Wir haben es auf jeden Fall schon... ...ja, ja, ja, bewegt. Und es liegt hier drüben irgendwo. Oh, hier. Da. Oh, Dominik. Das hast du mir gebracht. Das Signal ist ein Heiligenanhänger. Oh, wie geil. Aber der ist sogar richtig gut. Der hat hier noch diese... ...diese Erweiterungen draußen dran. Richtig geil. Der ist echt gut. Richtig toll. Der schafft es ins Video. Coole Sache. Ja, liebe Leute. Heiligenanhänger habe ich ja nun im Laufe meiner Zeit... ...in meiner Sondelzeit schon echt viele gefunden. Aber ich muss sagen, das hier ist wirklich ein echt schönes Stück. Und deswegen ärgert es mich auch schon wieder so ein bisschen, dass der Dominik den gefunden hat. Aber ist nicht schlimm. Ich überlasse Ihnen den Fund sehr, sehr gerne. Ein wirklich echt toller Heiligenanhänger. Wir schauen ihn uns mal aus der Nähe an. Passend zum Heiligenanhänger kommt jetzt hier auch die Sonne raus, sodass wir ihn echt gut sehen können. Ihr schaut, ihr seht, das ist richtig toll. Und dieser Anhänger, der zeigt hier die heilige Dreifaltigkeit im Gnadenstuhl. Und Maria Immaculata, was typische Symbole der Volksfrömmigkeit im 17. und 18. Jahrhundert sind. Die Inschrift Trinus et Unus Deus, das muss ich alles ablesen übrigens, betont den Glauben an den dreifaltigen Gott. Solche Anhänger dienten oft als Schutz- und Andachtsobjekte und waren besonders an Wallfahrtsorten beliebt. Wie gesagt, habe ich ja schon im Laufe der Folge gesagt, ich sonntel hier ganz in der Nähe. Sie wurden meist aus günstigen Materialien wie Bronze und Kupfer gefertigt und spiegeln die starke religiöse Verbundenheit dieser Zeit wider. Ja, aber nichtsdestotrotz schicke ich dem Dominik, den heiligen Anhänger, natürlich sehr gerne. Mal gucken, was der nächste Pfund ist, ob ich den auch dem Dominik schicken muss. Hier ein schönes 69-70er Signal. Es schwankt so ein ganz kleines bisschen nur. Alle, hopp. Wir haben es schon direkt raus, das finde ich gut. Und es liegt hier so, aber ich sehe es noch nicht. Aber das heißt ja nichts, ich habe ja nicht mehr die besten Augen. So kleine Knödel. Oh, was ist denn das? Ist das ein Pin? So ein Anstecker. Ach gut, das könnte wirklich ein Anstecker sein. Ich wollte schon gerade meckern, dass es wieder nichts ist. Aber ich glaube, das ist ein Anstecker von irgendwas. Oh, ist das ein Totenkopf? Vielleicht waren hier Piraten. Vielleicht waren hier Piraten. Leute, bei diesem Anstecker bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier was Historisches haben oder was Neuzeitliches. Deswegen schauen wir es uns direkt mal aus der Nähe an und ich erzähle euch dann auch was drüber. Wir haben hier einen kleinen Totenkopf-Anstecker. Das könnte ein Memento Mori-Symbol aus dem 17. oder 18. Jahrhundert sein. Zeitlich würde das gut auf den Acker passen. Was einfach die Vergänglichkeit des Lebens erinnern soll. So, wir gucken uns den mal auf der Rückseite an. Da haben wir hier diesen Anstecker eben. Solche Symbole waren ebenfalls im Barock und Rokoko verbreitet und sollten die Menschen an ihre Sterblichkeit und ein tugendhaftes Leben erinnern. Ja, ich komme ja noch ein bisschen näher ran hier. Memento Mori-Motive fanden sich oft als Schmuckstücke bei Adligen und wohlhabenden Bürgern. Ups, hier oben sind wir. Aber auch im militärischen Kontext als Zeichen der Stärke. Eine genaue Datierung konnte ich jetzt hier nicht vornehmen. Und ich habe auch leider im Internet jetzt nichts weiter gefunden. Einen, der genauso aussah und der irgendwie datiert war. Aber das macht gar nichts. Auch wenn ich den nicht genau datieren konnte, finde ich es einen tollen Fund, der auch spannend ist. Ob der nächste Fund auch spannend ist, seht ihr jetzt. Auch ein hohes. Hier haben wir einen 86er, wieder von Dominik. Aua, mein Fuß. Dominik hat schon wieder das nächste. 86, das ist echt hoch. Wir gucken mal. Ja. Das ist immer noch ein bisschen daneben gewesen. Oh, Dominik. Komm her, du kannst es selber rausholen. Das ist, glaube ich, was Gutes. Na, schauen wir mal. Am Anfang sieht es meistens gut aus, ne? Ich glaube, das ist ein Römer. Siehste? Geil. Hast du gefunden. Super. Freut mich echt. Sag mir, helfe die Kamera. Was haben wir da? Das haben wir da. Das haben wir da schönes. Oh, aber ich war mit dem Grabungsmesser dran. Eieiei. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, richtig schön. Richtig schöner Römer. Dominik, herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist hier eine Frau drauf. Das heißt, ganz oft ist das Faustina. Aber da habe ich mich letztens mal schon so in die Nesseln gesetzt. Das finde ich raus für dich, was das für einer ist. Sehr gerne. Cool. Den bespreche ich im Video. Das könnte ein Sesterz sein. Aber das ist, ja, von der Dicke her. Oh, jetzt ärgert mich da mal ein Messer dran. Schade. Mensch, Leute, dieses Jahr gab es ja echt viele Folgen, in denen ich römische Münzen gefunden habe. Diesmal hat der Dominik eine gefunden. Er wollte unbedingt eine finden bei mir auf dem Acker. Und zum Glück hat es geklappt. Gratuliere dir Dominik dazu. Und was wir hier für ein schönes Stück haben, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier ein Ass der Faustina Minor, wie wir rausgefunden haben. Faustina, die Jüngere auch genannt, war eine römische Kaiserin, die im 2. Jahrhundert nach Christus lebte. Ca. 130 bis 176 nach Christus. Ja, leider, leider, wie man hier sehen kann, war ich hier leider mit dem Spaten dran. Man kann hier schön eine Göttin erkennen. Und das SC. Das SC steht, heißt so viel wie im Auftrag des Senats gefertigt. Das heißt, diese Münze hier, die kommt tatsächlich aus Rom und wurde nicht außerhalb von Rom geprägt. Also richtig toll. Übrigens, die Faustina Minor, die war Ehefrau von Marcus Aurelius. Und spielte eine bedeutende Rolle am römischen Hof und übte auch Einfluss auf die Politik aus. Ja, die Frauen im Hintergrund ziehen hier die Fäden. Sie war eine Förderin der Künste und der Wissenschaft und auch nach dem Tod als Göttin verehrt. Faustina war vor allem für ihre Rolle als Kaiserin, Mutter und als Symbol der römischen Frauen bekannt. Ja, also eine tolle Münze und ihr seht, die ist auch noch richtig gut erhalten, wie ich finde. Und ich habe mir hier mal noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, was man so für ein so eine Münze damals im Rom kaufen konnte. Und zwar Lebensmittel. Für ein Ass konnte man eine kleine Portion Brot, etwas Obst und ein paar Eier kaufen. Alltagsgegenstände, ein einfacher Tontopf oder ein kleiner Holzgegenstand waren für diesen Betrag durchaus erhältlich. Dienstleistungen, was hat man dafür bekommen? Für einen Tag Arbeit eines ungelernten Arbeiters konnte man einige Asse zahlen. Okay, nicht nur eins, sondern da musste man dann schon ein bisschen mehr hinlegen. Also ein ganz toller historischer Fund, top in Schuss. Ihr seht, dieser Acker ist einfach der Knaller. Leider ist jetzt wirklich Ende mit dem, der ist jetzt eingesät. Und ja, liebe Leute, ihr habt gesehen, dieser Acker war wirklich oder ist wahrscheinlich immer noch vollgepackt mit vielen Funden. Für mich sind das alles so kleine Zeitkapseln, die Geschichte aufbewahrt haben, die wir jetzt da aus der Erde rausziehen und finden. Wenn du auch schon mal einen spannenden Fund gemacht hast, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn mit mir unten in der Videobeschreibung teilst. Du kannst auch gerne deinen Instagram-Account verlinken. Habe ich überhaupt keine Schmerzen? Dann schaue ich mir das gerne mal an. Wenn du jetzt kein Video verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne hier den Kanal. Und wenn dich solche Videos interessieren, dann kannst du hier drüben gerne noch ein weiteres anschauen. Das würde mich echt freuen. Lass mir noch einen Daumen hoch und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam in ein neues Abenteuer starten. Also bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.